Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, in meinem Haushalt wohnt ja ein kleiner Kater, der Tobi, das heißt klein, naja gut. Und ich habe gedacht, ach das wäre doch mal ganz süß, so eine Weihnachtskarte zu machen mit einer Katze und so ein bisschen Cartoon-like. Und dabei habe ich experimentiert mit zwei verschiedenen Arten von Papier und das hier ist dabei rausgekommen. Dieses ist ein ganz normales Aquarellpapier und ich habe da noch ein bisschen mit Strukturpaste gearbeitet. Die hatte ich hier gerade so stehen, habe gedacht, ach das wäre ja auch nett, weil das ja so ein bisschen einen 3D-Effekt gibt. Und ja, es ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich finde es trotzdem niedlich. So, dieses hier ist ein handgeschöpftes Papier, das reagiert ganz anders. Hier sieht man gleich, die Farben sind noch ein bisschen fluffiger verlaufen und es ist halt nur so eine Silhouette. Hier habe ich nochmal ein bisschen, bei der nochmal ein bisschen die Kanten nachgearbeitet. Und ja, ich finde, sie haben beide ihren Charme und ja, da wollte ich das mit euch heute mal nochmal ausprobieren. Okay, ich lege die jetzt mal zur Seite. So, dann haben wir hier nochmal ein Stückchen Aquarellpapier. Mache ich mal ein bisschen größer. Okay, gut, ganz zart mit Bleistift vorskizzieren. Ich fange an mit dem Puschel, mit dem Puschel von der Mütze, weil der ist im Vordergrund und alles andere kann ich dann drumherum malen. Also, ich male mir hier einen ganz kleinen fluffeligen Puschel, dann male ich hier den Rest von der Mütze und dann geht die Mütze hier über auf dem Kopf. Der Puschel kann sogar noch ein bisschen größer werden. Also, wer keine Strukturpaste oder ähnliches hat, man kann das auch mit dicker Acrylfarbe auftupfen. Das macht auch diesen schönen 3D-Effekt. Der muss die Stelten jetzt einfach freilassen, die weißen und darf da dann nichts drauf machen. So, hier haben wir erstmal unsere Mütze. So, dann guckt hier so ein Öhrchen, Katzenöhrchen raus. Und das geht hier ineinander über, weil ich mache ja, wie gesagt, das eher so cartoon-like und geht dann über in einen dicken Körper. Dieses Öhrchen hatte ich mir gedacht, das ist so ein bisschen von dieser Mütze so ein bisschen zur Seite geklappt. Ihr kennt das ja manchmal bei Katzen, die können das ja ganz gut. Öhrchen zur Seite geklappt und auch hier der dicke Körper. Ich mache hier, das ist noch nicht so ganz so ganz, wie ich mir das vorstelle. Also, der dicke Puschel, Öhrchen, Mütze. Okay, und dann müssen wir noch zwei große Augen malen. So, so ungefähr. So ungefähr, genau. So, okay. Und hier muss dann noch Platz bleiben für einen kleinen Schwanz. Das ist schon fast ein bisschen groß geworden. Naja. Aber dadurch, dass ich das so auslaufend machen will, also mit so Fell, was nach außen ein bisschen wegspritzt, ist das relativ egal. Die Form ist ja... Es ist keine... Keine reelle Katze. Es soll eine Cartoon-Katze sein. So, dann geht das weiter. Ich mache alles nass, außer die Mütze. Dafür gehe ich... Und die Augen. Aber ich mache ein bisschen mehr im Umfeld nass, weil ich gerne möchte, dass die schwarze Farbe nach außen ein bisschen driftet. So, aus dem Grund fange ich jetzt erstmal an. Hier meine Katze von innen, um die Augen herum. Die sollen frei bleiben. Die Mütze. Und hier gehe ich jetzt einfach ein bisschen nach außen, noch mit dem Wasser. Bis zur Kante der Karte. Wie gesagt, ich möchte, dass das Fell gleich ein bisschen nach außen läuft. So, auf der anderen Seite das Gleiche. Den Schwanz malen wir später ein bisschen drüber. So, auch hier großzügig bis zur Karte, bis zur Kante. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Da ist die Nase überall. Und nur die Mütze bleibt frei. So, und dann schnappe ich mir jetzt einfach meine schwarze Farbe. Die Brust können wir auch ein bisschen freilassen, so wie bei der hier. Das heißt, da wird dann nicht gemalt. Also, ich gehe jetzt hier innen, ein bisschen versetzt an die Kante. Mit meinem Schwarz. Okay, und da sieht man, da war ein bisschen mehr Wasser als auf der Seite. Da sollte es eigentlich ein bisschen weiter laufen. Vorschuereffekt, ne? Den anderen hat es so gut geklappt. Also, ihr seht schon, es darf auch nicht so warm sein in eurer Umgebung. Damit das Papier nicht so schnell trocken wird. Das finde ich schon mal ganz charmant, das Öhrchen, muss ich sagen. So, hier läuft die Farbe noch so ein bisschen. Das finde ich auch ganz okay. Da kommt sowieso. Und das Öhrchen ist doch auch schon mal ganz super geworden. So, dann machen wir nochmal ein bisschen schwarze Farbe hinein. Und dann müssen wir jetzt auch hier den Rest. Also, ihr seht schon, es ist wichtig, dass das Papier gut nass ist. Es darf aber auch keine Pfützen haben. Das ist wirklich so ein schwieriger Bereich. So, das lasse ich auch. Das Öhrchen lasse ich da auch frei. Und hier mache ich jetzt nochmal den Bauch. Da mache ich nur ein bisschen Wasser. So drumherum. Dass ich das da noch hinziehen kann. Klares Wasser. Sieht ja eher aus wie so eine Halloween-Spooky-Katze dann. Wenn man zu Halloween malen soll und nicht jetzt zu Weihnachten. Okay. Aber wir gucken mal. Das wird schon. Aber ihr seht zum Beispiel hier, würde sich jetzt so ein Rand entwickeln, weil ich mit Wasser reingegangen bin. Es ist immer wichtig, dass ihr das dann nochmal bis zur Kante zieht. Lieber. Und von außen. Und dann verzieht sich das nochmal. Also, ganz wichtig. Es wird nie so, wie ihr euch das vorstellt. Ihr dürft hier jetzt nicht mit einer ganz harten Erwartungshaltung rangehen an dieses Bild. So und so hat sie dann auszusehen. Nachher funktioniert nicht. Das ist diese Nass-in-Nass-Technik. Die läuft sowieso, wie sie will. Ich versuche jetzt hier nochmal so ein bisschen eine Struktur anzudeuten, aber wahrscheinlich eher nicht. Wir lassen sie lieber als Fluffelkatze. Okay, dann würde ich sagen, erstmal das Ganze arbeiten lassen und trocknen. So, es ist noch feucht. Ich habe mir nochmal überlegt, ich werde hier nochmal so ein bisschen raustupfen. Und auch das mit so einem Tüchlein gibt uns hier so ein bisschen Struktur und Fell nur innen drin. Ja, so gefällt es mir ein bisschen besser. Ja, so ein bisschen hier. Da, wo dann gleich die Schnute hingemalt wird. So, so lasse ich es jetzt trocknen. So, sie ist fast trocken, ein wenig feucht, aber das kann uns nicht davon abhalten, schon mal die Mütze zu malen. Okay, unten ein weißer Rand und ein weißer Puschel und der Rest der Mütze wird jetzt mal einfach schön hier den Rand. Mache ich jetzt ein bisschen wuschelig. Na, wie gesagt, wer keine Strukturpaste hat, der muss ja das malen. Und hier gehen wir jetzt einfach erstmal nur mit roter Farbe rein. Ganz simpel. Hier auch ein bisschen pushig malen. Okay, diese Mütze hat hier einen Knick. Das schattieren wir gleich an, sobald es ein bisschen trocken ist, obwohl ich kann es auch jetzt schon mal versuchen mit ein bisschen dunkleren Rot. Mal gucken. Ne, wird glaube ich nichts. Ne, das machen wir dann, wenn es trocken ist. Machen wir das lieber dann. So, schön sattes Rot rein. Okay. Dann geht es weiter. Ich werde die Augen später noch mit einem Feinliner umrahmen. Deshalb machen wir jetzt einfach nur Pupillen. Ich male die Augen jetzt komplett und setze dann gleich nochmal mit einem Acrylstift ein Highlight rein. Also, wir machen hier jetzt richtig schöne schwarze Pupillen. Deshalb ist es jetzt wirklich wichtig, dass euer Bild trocken ist, sonst würde das jetzt wieder in das Fell hineinlaufen. Und so, große Kulleraugen. Auch das ist eher Cartoon-like. Unsere Katzen haben alle keine Kulleraugen. Obwohl, ja, aber dann groß. Aber sie haben ja eher diese schlitzigen Augen. Aber ich wollte halt es einfach mal niedlich malen. Okay. So, dann hier noch eine kleine Nasengeschichte. Und, ja, je nachdem, freundlich, grimmig, sonst wie, könnt ihr alles im Ausdruck machen mit der Schnute und auch mit den Augen. Ist auch kein Problem. So, da fehlt uns jetzt noch das Schwänzelchen. Okay. Und zwar mache ich hier jetzt wieder, ich möchte den auch ein bisschen, ich mache jetzt mal eine Schwanzgrundform. So. Einen großen, puschigen Schwanz. Mit Wasser. Und setze jetzt in die Mitte wieder die schwarze Farbe, damit die dann sich nach außen wieder so schön verziehen kann. Ihr könntet jetzt auch theoretisch einen Streifenschwanz malen. so. Auch der soll jetzt so ein bisschen sich verziehen. Ein bisschen fluffig werden. So, und dann machen wir hier einfach noch mal zwei Pfötchen unten dran. Einmal. Zweimal. Okay. Hier könnte man jetzt auch noch mal so einen Dingspinsel hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Fächerpinsel, zur Hilfe nehmen und so ein bisschen, ah, guckt mal, das ist auch cool, ähm, den Schwanz nach außen arbeiten. Das ist doch witzig. Ja, da muss man halt aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Das ist doch, guckt mal, das habe ich bei den anderen beiden Bildern nicht gemacht, aber ich finde es ganz witzig. Okay. Gut, dann muss das Ganze erstmal wieder trocknen. So, ich hatte mir gerade noch überlegt, dass ich mit diesem Fächerpinsel einfach so ein bisschen Farbe aufnehme und hier auch noch mal an den Öhrchenkanten ein bisschen das noch verstärke, diesen Effekt. diesen Effekt der Haare. Ja. Okay, jetzt aber trocknen lassen. So, ihr Lieben, ich bin ganz begeistert, die wird wirklich total niedlich. Ich meine, die anderen waren auch schon süß, aber diese wird echt irgendwie niedlicher. So, ich fange jetzt an, ich mache hier nochmal eben, kreise die Augen ein bisschen die sind ja schon ganz gut. Ich mache hier mal unseren, unseren, nicht komplett umranden, einfach nur ab und zu so einen Schatten setzen. Hier auch mit der Mütze. Wie gesagt, ich mache da gleich noch Strukturpaste rein, aber man könnte sie auch schon so lassen. So, und dann fehlen uns natürlich noch Barthaare. Und die machen wir jetzt richtig groß. Richtig groß und lang und raus. Zack. Einfach mit dem Fineliner zwei, drei, die über die Katze hinausragen. Na, guckt mal, da seht ihr, da gucken ganz weit. So, und jetzt geht's los. Hier müssen noch zwei Highlights rein, in die Äuglein, damit sie Leben bekommen. Und Krallen. Einfach von unten nach oben. Okay. Das ist schon mal süß. Total süß. So. Ich nehme zur Hilfe, das ist für die, eigentlich für Acrylmalerei auf Keilen Modelingpaste, Strukturpaste. Die gibt's in unterschiedlichen Granulationen. Und wichtig ist auch, nehmt euch einen alten Pinsel. Ich hab hier so einen ganz alten, struppeligen Pinsel. Der ist nicht mehr, so ganz billiger war das mal. So, und ich schnapp mir jetzt hier einfach meine Strukturpaste, geh hier so ein bisschen rein, nehme mir ein wenig und, ähm, und verteile das jetzt so ein bisschen einfach auf dieser Mütze. Und das, äh, gibt nochmal so einen schönen 3D-Effekt. Das Ganze könnt ihr auch einfach mit Acrylfarbe machen, mit einem Borstenpinsel, ne, draufstitchen, hochziehen, auch dann kriegt man ein bisschen diese Struktur. Hier ist es jetzt natürlich etwas intensiver. Da ist, ich weiß gar nicht, ob da Sand drin ist, oder was, keine Ahnung, irgend so ein Quarzsand. Das ist nur eine Option, das müsst ihr nicht machen. Aber ich finde, es hat einen super Effekt. Mit der Paste habe ich sowieso vor, die nächsten Tage nochmal, ähm, eine Karte zu machen und die wird dann mal gucken. So. Ja. Wolle ist ein bisschen fusselig, also ganz vorsichtig. So. Ja. Das ist doch okay. Ich sehe gerade hier oben fehlt mir noch ein bisschen. Ja. Okay. Ich lasse das jetzt hier mit dem roten Schatten. Ich finde es so okay für eine Cartoon-Karte. Ja. Die ist doch süß geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier sind nochmal die anderen. Die ist jetzt nicht so puschelig. Es macht einen Wahnsinnsunterschied, was ihr für ein Papier nehmt. Ne. Probiert es mit verschiedenen Papieren aus. Manche haben ja zwei, drei Sorten zu Hause. Ihr seht, die wären alle ganz anders, aber die letzte ist wirklich Zucker geworden. Zuckersüß. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Melanie. für eine Art untertrag. Untertitelung des ZDF, 2020